So, ich kann einfach nur anfangen mit dem Spielen. Na ja, ich wüsste, dass ich zuhör drücken muss. Wo ist sie? Na komm. Oh! 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 Zum Teufel! Das Arsch gehört mir! Aber nur leicht! Heilige Maria! Alles schlechter! Reicht es denn endlich langsam mal für eine Schwalbe? Oh ne! Das ist immer Schöllkraut! Hallo? Ich glaube ich sammle am besten jedes Krautdorf was es gibt! Schöllkraut! Oh ne! Stufe 1 habe ich! Was ist das Schöllkraut? Das hier geht mir nur noch ein Clashlabs! Ah das war jetzt komplett falsch! Hab ich denn grad nen Brennenhin verpasst? Aber an Schwierigkeitsgrad habe ich eigentlich nisch verändert! So, dort will ich mal auf. Das geht bestimmt von der anderen Seite. So, ah da haben wir doch schon einen Aufstieg. Dann stimmt irgendwo welche Warten, deswegen speichere ich ihn mal lieber vorher. So. Schwirr ab, so lang du noch Beine hast und Eier. Wie ein Mann vor. Wie ein Mann. Wie ein Mann! Nein. Gut. Ja, den machen wir fertig. Ja, den haben wir runtergerutscht. Ich genieße immer die Waffe der Noobs. Also benutze ich sie mal lieber. Oh Mann, wenn der denn so viel scheiß Schaden machen würde. Na gut, versuchen wir's mal mit dem Axi. Wie ein Mann! Der ist ja hot, ey. Na komm. Wie ein Mann! Wie der höllisch viel Lämm. Aber vielleicht hat sich sehr gelohnt, ja. Wie ein Mann! Wie ein Mann! Wie ist das gegensteckend? Oh, okay. Entschuldigung, aber es ist richtig. Okay. Ich glaube ich sollte dann erstmal speichern, das ist mir herrlich zu gefährlich Ja ich mach's klar Ach cool, ich kann mein Spiel jetzt nicht speichern Gut, jetzt kann ich's aber Gut, nichts Hey Plötze meine Freunde Geh ich hier rum Ach was kostet die Welt Jetzt hab ich schon wieder Angst Oha Plötze Also ist das nicht erkundeter Opt Ha, das sah ja crazy aus Nicht erkundeter Opt Oh Zwergschnapps hier Oh Gott gibt's hier viele tausende Sachen die man können So Ist das eigentlich Mhm 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 Ja, die Schwebe Naja Das ist bald kurz hab ich Oh 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 Wo hab ich denn jetzt meine Schwerbe? Das ist gut. Was ist denn noch? Schhhhhh. 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 Ich glaub ich kann mal wissen wo. Ach hier. Cool. Hier hat man ja auch das ganze andere Zeug. Schlocken einfach doch. So. Immer weiter auf dem Weg. Oh shit. Oh shit. Mach lang Jean. Komm schon. Scheiße! So schnell kann es gehen und war wieder nicht richtig gespeichert. Ok, echt viele Ghule. Oh, jetzt ist es mal ein... Cross-Office zukommt. Lauf, Plätze! Hier sammeln wir alles ein. Ich will nicht schwimmen. Na los. Ich glaube, ich muss diese Sache mal ausmachen. Die gehen ja tierisch auf den Sack. Na ja, wir fahren mit dem Schrauben. So. 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 Gute alte Bratrotossel. Komm schon, Plätze! Pfff! Also so einfach ist das nicht mit diesem... Scheiss, Schraub anzugreifen. Aber Pferd. Ich will absteigen, Mann. Ehe halten. Na, los. Komm schon, komm näher! Was war das?! Na komm, na komm, na komm, in der Ruhe. Ich wüsste auch das doch. Was war das? Ah! Das kommt wo vorne. Malepöre. Schön. Ich mag dich nicht, Weißer. Ach. Danke. Verflucht! Die mach ich nochmal was. Die Schweine. Verflucht! Was? Was? Weiß? Hast du was Interessantes? Toll, meine Warn will auch mal wieder rein. Hier, ohne Stimme. Was hat er denn? Was? 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 Ich glaube, das ist schon wieder zuhause. Oh Gott, das ist schon wieder teuer, ey. Leben wohl. Na komm her, Bisschen. Wieder speichern. Beweg dich! Mach langsam! Hey! Nur ein kleines Dorf. Ah nee, ist ja erst am Wanderen. Ah, hier sollte ich vielleicht irgendwo noch malen. Sieht ja auch leicht ausgestorben aus hier. Hier kann man nicht alles aufnehmen. Kommt, ich kriege das auch noch mal bei dem Händler los. Das sieht normalerweise schon schlecht aus. Oh, mit Ruhe. Gegen Magier ist das immer gut. Wo ich gar nicht weiß, ob das Ärzt alleine was pumpt. Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Okay. Erst mal das Arme durch. Das ist nicht so schlecht. Ach, wasch. So, hier noch ein Fragezeichen. Ich wucht auf alle Fragezeichen ab, zu kloppen. Aber... Was soll's. Lass mich mal speichern. Ich lauf mal zu Fuß. Hm, langer Weg. Oh, das ist verheiratet. Oh, das ist verheiratet. Das Greifen lässt. Oder was davon übrig ist. sehr gut noch nichts zu entdecken so, ich muss aber südlich gehen ah, da ein großes Fahrzeug das Medaillon vibriert das muss ein Ort der Macht sein cool ich hatte mir noch 8 schon mal kurzer 10 Punkte pro Sekund die ich nicht kaff ich glaub das brauch ich nämlich das ist aus der die 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 Aber ich brauche die Lebensregeneration so sehr. Mehr als alles andere. Ich glaube, ich sollte schon wieder speichern. Das wird bestimmt irgendein Lager von Venditen sein. Bist fast am Ende, was? Nicht mehr lassen! Haltet die Schnauze und kämpft! Ich muss die Schnauze und schnauze! Ich muss die Schnauze und schnauze. Nicht nachlassen! Tjot! Jetzt sind da wieder übelst viele Flücher unterwegs. Hatzugs-Hauser. Und ein Schema So Ich spiel da, was denn? Oh je Die Zeit geht voran Einmal kurz gucken Ob es hier noch was an der Nähe gibt Ich glaube nur kranke Beiräse spielen dieses Spiel Ohne diese Fragezeichen Sonst da bist du ja total im Arsch Das ist nichts Oh Gott, wie gibt es noch weitere Fahrzeuge? So gut Soll es das mal wieder gewesen sein Bis zum nächsten Mal